hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute hier mal wieder ein unboxing war ja schon lange keins mehr hier auf diesem kanal sehr viele reviews in letzter zeit aber heute hier mal wieder ein unboxing und zwar habe ich mir jetzt noch das dragon heart media book geholt ich bin ja nicht so der media book freund aber ich habe den film jetzt schon seit jahren nicht mehr gesehen und fand eigentlich dieses müller exklusive cover am besten das ist jetzt noch mal ja das gleiche motiv aber ein bisschen anders somit also gezeichnet nicht dieses foto also so ein bisschen anders der stil ich finde es jetzt noch viel geiler ich glaube das turbin hat es jetzt noch mal rausgehauen weil es dann bei diesen müller media book welche probleme gab das auch laufen laufen ausverkaufer oder irgendwie waren ein paar sachen haben sie jetzt mal auf den markt geschmissen noch mal mit einem veränderten cover ich glaube es soll jetzt cover c sein jetzt hier noch mal wie sagt mit leicht verändertem motiv finde es sehr sehr geil preis wie gesagt für ich weiß gar nicht weiß habe ich jetzt bezahlt 25 euro 24 euro ist auch völlig in ordnung ja hier mit dem remasterten bild und sound in dolby atmos und audio 3d ich weiß gar nicht ob überhaupt in deutsch sogar in deutsch und englisch dolby atmos 7 1.4 kompatibel mit 2d also wirklich hier ja turbin wieder mal super arbeit geleistet wie gesagt das will ich auch noch mal ansprechen wie sagt dieses media book war ja dann wirklich schnell weg von müller und gab es denn zu hohen preisen auf ebay und so weiter ihr kennt das und mittlerweile war das ja auch bei dem twister media book und dem daylight auch so da kommt glaube ich jetzt ich glaube sogar heute oder morgen sollen da noch mal welche in dem tombinen shop kommen jetzt in der manu hat dazu ein video gemacht ich verlinke euch das noch mal hier an dieser stelle vielleicht da oben ja da oben oder unten müsste mal gucken verlinkt euch das noch mal der hat da ein bisschen genauer recherchiert und ja wie sagt kauft dann bezahlt da nicht diese horrenden preise dieser turbin liegt da manchmal noch mal was auf wenn sie merken das ist eine sehr große nachfrage wartet dann lieber ab wie gesagt bestes beispiel ist ja hier das ding ja aber ich würde sagen quatsch mal nicht groß machen war das ding auf das zeige ich noch mal kurz hier auf der folie hier haben wir diesen aufkleber fsk und hier noch mal diese infos mit sich sehr dem booklet und so weiter limitierte media book edition sind sich hätten auch treu geblieben wenn sie bei dem anderen gesagt haben ist limitiert wir haben jetzt zwar keine nummern drauf glaube ich aber wie gesagt darum haben sie noch meinen anderen cover variation rausgebracht die mir wirklich sehr sehr gut gefällt da muss ich ganz ehrlich sagen so folie ist weg haben wir hinten wie gesagt eine j-card ich zeigte hier an dieser stelle mal könnt ihr ja mal schauen hier stehen noch mal alle informationen hier die ausstattung bild und ton steht hier alles ausführlich beschrieben so den haben wir hier wirklich wow ich finde es wirklich sehr sehr schön ja also wir haben mir so wieso zeige ich euch das nicht gleich ja so sieht die front aus finde ich wirklich ein sehr sehr schönes motiv wir haben ja auch so das sollte bestimmt so ein bisschen leder optik darstellen irgendwie so wenn er das so seht diese struktur in diesem finde ich sehr sehr schön ich kann ja mal ein bisschen näher angehen damit das vielleicht ein bisschen besser erkennt ja hier so diese struktur auch von den farben her wirklich sehr sehr schönes frontmotiv ja also gefällt mir sehr gut dieser film auch schon lange nicht mehr gesehen freue mich da richtig drauf rückseite haben wir denn dieses motiv hier mit dem schwert und dem schild auch sehr sehr schön hier sieht man auch so diese struktur sehr sehr schön das beinen hier dragon hart öffnen war das ganze mal so dann haben wir hier gesagt die disk mit diesen schuppen design hier haben wir denn ja das schild mit dem drachen ja das ist wird glaube ich die blu-ray sein ganz genau ich glaube jetzt zwei blu ist drin ja zwei blu ist sogar genau was waren jetzt was eigentlich muss ich noch mal nachgucken an jedes war hier ach so wir haben wir noch einmal die unzensierte original kino synchronisation in dts 551 ist auch mit drauf das ist sehr cool ja sehr coole aktion dass sie die unzensierte originalversion mit dabei ist also finde ich auch cool also wirklich da dürfte sich jetzt keiner beschweren so wie gesagt 16 booklet wir blättern das mal sehr schnell durch hier ich will das mal gucken hier sehr schön gemacht hier wie so ein altes buch hier mit diesen dingen kennt ihr von skyrim die bücher meistens auch immer so aus sehr schön gemacht hier auf jeden fall sehr viele informationen wir haben ein paar bildchen dabei also wirklich wie sagt 60 seiten das ist schon da kann man nicht meckern auf jeden fall vom dreh auch sehr schön gemacht hier wie gesagt wie sie hat diese praktische effects hier noch mal ein bisschen was beschrieben sehr sehr geil sehr sehr kino parkarte hier immer noch nicht vorbei hier also jetzt haben wir es geschafft ja sehr schön hier auch noch mal das glaube ich wie vorne sieht das aus hier da gibt es keinen großen unterschied das hier nochmal dieses symbol ist ja sehr schön mir gefällt das media box sehr sehr schön toller preis wie gesagt wir kennen ja leute die verkaufen die media box für 40 euro und aufwärts ja wo ja meistens mal repack sogar meistens drin ist hier wirklich arbeit reingesteckt cooler preis sieht geil aus coole qualität ja kann man eigentlich nicht meckern ja oder was meint ihr schreibt mir gerne in kommentare was ihr von diesem film haltet von diesem media book würde ich gerne wissen ja findet ihr es cool dass sie noch mal welche nachschießen oder seid ihr es gibt auch so leute die sich dann beschweren und sagen jetzt habe ich hier 20 stück gekauft schießen noch mal welche nach ja würde ich gerne auch mal eure meinung hören in diesem sinne soll es aber auch wieder gewesen sein gott mein gott soll es auch wieder gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten video bis dann ciao